Siehst du gefühlt seit einigen Wochen mehr Werbung auf YouTube? Das ist tatsächlich der Fall und hat mehrere Gründe. Wir erklären dir im folgenden Video nicht nur, warum YouTube mehr Werbung zeigt, sondern auch, was du dagegen tun kannst. Und damit herzlich willkommen bei U-Labs. Werbung ist auf der beliebtesten Videoplattform YouTube allgegenwärtig. Schließlich basiert das Geschäftsmodell darauf, Daten zu sammeln und mittels Werbung zu verkaufen. In letzter Zeit gab es einige Änderungen, die zu deutlich mehr Werbeeinblendungen für dich als Zuschauer führten. Früher wurde Werbung erst ab einer Videolänge von 10 Minuten angezeigt, damit die Flut von Reklameclips nicht allzu sehr überhand nimmt. Diese hat YouTube jedoch auf 8 Minuten gesenkt und zwar auch rückwirkend. Das heißt, alle Videos zwischen 8 und 10 Minuten erhalten somit nun Werbung, egal ob es neue oder ältere Videos sind. Noch wichtiger ist allerdings die AGB-Änderung vom 1. Juni 2021. Seitdem monetarisiert YouTube alle Kanäle, auch wenn diese gar nicht am Partnerprogramm teilnehmen. Hierzu muss man wissen, wie man als Kanalbetreiber dort Geld verdienen kann, wenn mindestens 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Wiedergabezeit innerhalb der letzten 12 Monate erreicht hat, kann sich als Partner bewerben. Wird die Bewerbung akzeptiert, kann man Werbung schalten lassen. Betonung liegt auf kann, denn der Kanalbetreiber hatte recht viel Kontrolle darüber. Er konnte sich zum Beispiel dazu entscheiden, Werbung nur für manche Videos zu aktivieren, für andere dagegen nicht. Erst wenn er dies bewusst aktivierte, sehen die Zuschauer Werbeclips bzw. sahen. Für jede Einblendung davon behält YouTube einen Teil als Provision ein, der Rest fließt an den Kanalbetreiber. War der Kanalbetreiber nicht Mitglied im Partnerprogramm, erhielten seine Videos auch keine Werbung. Gleiches gilt, wenn der Betreiber zwar Partner ist, aber die Anzeigen bewusst in seinen Videos abschaltete. Beides fällt seit dem 1. Juni 2021 aber weg. YouTube nimmt sich nun das Recht, selbst dann Werbung zu schalten, wenn der Kanal kein Partner ist. Vor allem kleinere Kanalbetreiber sind verärgert. Ihre Videos enthalten nun Werbung, aber sie sehen keinen Cent davon. Das gesamte Geld fließt an YouTube. Manche möchten dies eventuell gar nicht, sondern möchten werbefreie Videos dort ausstrahlen. Auch haben sie keine Kontrolle darüber, welche Werbung denn vor und während ihren Videos gezeigt wird. Teilt sind dies durchaus fragwürdige bis unseriöse Clips. YouTube möchte sich damit neue Einnahmequellen erschließen. Der Mutterkonzern Google steht durch die enorme Marktmacht seiner Suchmaschine unter starkem Druck. Viele Länder strafen Google für diverse Fehlverhalten ab. Zunehmend wird sogar über eine Zerschlagung diskutiert. Im Geschäftsbericht vom Jahre 2020 gibt das Unternehmen an, für die vergangenen drei Jahre rund 7,5 Milliarden US-Dollar Strafzahlungen geleistet zu haben. Daher möchte sich Google mit YouTube ein finanziell möglichst erfolgreiches zusätzliches Standbein schaffen. Mit anderen Diensten wie zum Beispiel der Google Cloud macht der Konzern über 5 Milliarden US-Dollar Verlust. Daher werden neue Werbeformate getestet, aktuell zum Beispiel Audio-Werbung. Doch was kannst du als Zuschauer tun, um nicht von dieser Werbeflut auf YouTube erschlagen zu werden? Am Computer oder Laptop installierst du einfach einen Werbeblocker für deinen Browser. Ich empfehle U-Block Origin. Er ist transparent und blockiert seit geraumer Zeit sämtliche Werbeanzeigen auf YouTube zuverlässig. Sowohl Werbeclips im Video als auch Banner, die darüber oder daneben angezeigt werden. U-Block Origin gibt es für alle gängigen Browser. Mozilla Firefox, Chrome, Edge und Opera. Die Erweiterung lässt sich mit wenigen Klicks über dessen Homepage installieren. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Danach siehst du keine Werbeunterbrechungen mehr. Dies funktioniert sowohl unter Linux als auch unter Windows oder macOS. Auf dem Smartphone kommt es darauf an, welches Betriebssystem ihr verwendet. Am besten bzw. komfortabelsten geht es unter Android. Hier ladet ihr euch einfach die alternative YouTube-App NewPipe herunter. Sie entfernt die Werbung und bietet eine Reihe von zusätzlichen Funktionen, wie zum Beispiel den Schutz eurer Privatsphäre, die Wiedergabe von Videos im Hintergrund oder aber die Möglichkeit, Videos herunterladen zu können. Allerdings sieht YouTube das natürlich nicht gerne. Schließlich ist Werbung ihre Haupteinnahmequelle. Daher findet ihr NewPipe leider nicht über den Google Play Store. Zur Installation müsst ihr auf dem Gerät einmalig fremde Quellen aktivieren. Verantwortungsbewusst eingesetzt ist dies kein Sicherheitsrisiko. Am besten nutzt ihr einen freien App Store wie zum Beispiel F-Droid. Dadurch wird NewPipe mit Aktualisierungen versorgt und funktioniert damit immer bestmöglich. Auf iPhones und iPads gibt es derzeit keine alternative YouTube-App wie NewPipe. Apple erlaubt dies nicht im App Store und hindert die Nutzer daran, andere Stores zu verwenden. Die einzige Möglichkeit ist, einen Browser mit integriertem Werbeblocker zu installieren, beispielsweise der Browser Brave. YouTube lässt sich nur innerhalb dieses Browsers über die mobile Seite nutzen. Eine native App, wie es auf Android möglich ist, gibt es hier leider nicht. In beiden Fällen hat das Blockieren der Werbung zwei positive Nebeneffekte. Es werden weniger Daten über euch gesammelt und weitergegeben. Außerdem entsteht so auch weniger Datenvolumen, was besonders bei einem mobilen Datentarif von Vorteil ist. Alternativ kann man sich von der Werbung auch freikaufen. Wer YouTube Premium abonniert, zahlt 11,99 Euro pro Monat und sieht dafür keine Werbung. Ob man jedoch bereit ist, diesen Preis zu zahlen, muss jeder selber entscheiden. Auf Dauer könnte das die einzige Alternative werden. Zum Stand Anfang Oktober 2023 hat YouTube schon seit einigen Monaten damit experimentiert, Nutzer von Werbeblockern einzuschränken bzw. sogar auszuschließen. Das betrifft im Moment noch nicht alle, sondern bloß einen Teil der Nutzer, weil eben hier experimentiert wird, wie die Nutzer darauf reagieren. Wenn das aus Sicht von YouTube erfolgreich ist, dann wird das wahrscheinlich früher oder später für alle aktiviert. Außerdem schränkt YouTube ein, wie viel Einfluss Inhaltsersteller wie ich zum Beispiel auf die Werbung haben. Wir konnten bisher einstellen, welche Art der Werbung aktiviert ist, zum Beispiel ob es nur Anzeigen sind, die man überspringen kann, oder aber auch welche, die ihr nicht überspringen könnt. Die nicht überspringbaren hatte ich bisher immer abgeschaltet. Das soll zukünftig nicht mehr möglich sein. YouTube bestimmt, dass alle Werbeformen aktiviert sind und ich kann bloß noch grundsätzlich Werbung komplett aktivieren oder deaktivieren, ohne da Einfluss zu haben, welche Formate das konkret sind. Wenn ihr weitere Tipps zu YouTube und anderen interessanten Themen nicht verpassen möchtet, abonniert gerne diesen Kanal. Wie empfindest du die Werbung auf YouTube? Ist die Menge und Länge akzeptabel oder wurde das Maß bereits überschritten? Blockierst du die Werbung, wenn ja, wie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder auch im Forum auf uLabs.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.